Grüezi miteinander und hoi zusammen. Ich bin Kathrin Erni von swissgermanonline.com und das ist ein Dialog im Taxi. Grüezi, schöne Frau. Wo haben sie ausgehen? Grüezi, junger Mann. Ich möchte gerne zum Flughafen kloten. Und wann ist ihr Flugzeug? Das ist eben das Problem. Wir müssen in einer halben Stunde spätestens tätig sein. Ich muss nur noch durch die Sicherheitskontrolle. Einchecken, habe ich mich zum Glück schon. Oh, da müssen wir aber pressieren. Das ist kein Problem. Ich kenne da ein paar Abkürzungen. Ich hoffe, ich kann mich auf sie verlassen. Entschuldigung, dass ich mich einmische, aber sie fahren eindeutig in die falsche Richtung. Nein, nein, ich umfahre nur den Stahl. Heute hat es aber auch sehr viel Verkehr auf der Strasse. Die Zeit, die wir da verloren haben, müssen wir wieder gut machen. Dann halten Sie sich mal fest, junge Damen. Jetzt geht's los. Oh nein, das hat mir gerade noch gefällt. So kurz vor dem Ziel. Ich bin ein Pechvogel. Jetzt müssen wir anhalten. Den Flug habe ich jetzt wohl verpasst. Nein, nein, ich würde die Hoffnung nicht aufgeben. Es heisst ja, die Polizei, deine Freunde und Helfer. Was denkst du, wie geht die Geschichte weiter? Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.